Ich habe im Internet einen Amazon Shop gekauft, der über 100.000 Euro Umsatz macht und nur 47 Euro dafür bezahlt. Hallo, hier ist Amazon FBA bei Markus. Heute habe ich meine liebreizende Finanzberaterin bei mir, Janina. Und in dem Video zeige ich dir einen Service, der mir einen Amazon Shop erstellen wird, von vorne bis hinten, der 100.000 Euro und mehr im Jahr bringt und der nur 47 Euro dafür kostet. Wir gucken uns an, wie ich das Angebot gefunden habe, was man dafür alles bekommt. Ich werde es bestellen und dann schließlich bewerten, wie zufrieden ich damit bin, wenn dann schließlich das Geld sprudelt. Also komm mit an meinem Computer. Also für die zwei Leute, die vielleicht hier neu auf dem Kanal sind, hier geht es um Amazon, wie du als Händler auf Amazon Geld verdienen kannst und über die Hälfte der Angebote auf Amazon sind von einzelnen kleinen Händlern, die ihre Produkte dort anbieten. Da geht es darum, das Produkt möglichst günstig in China zu finden. Es wird dann direkt an Amazon ans Lagerhaus geschickt und die schicken es zu ihren Kunden und schieben dir das Geld weiter rüber. Wieso? Ein Angebot hier ist ein Händler, der verkauft Trinkflaschen. Das heißt, du musst relativ wenig machen, weil Amazon viel für dich macht. Was übrig bleibt, ist eben die Produktidee zu finden, einen Lieferanten zu finden und so ein Angebot zu erstellen. Und wieso sich die Arbeit selber machen, wenn das doch vielleicht auch jemand anderes für dich macht? Und dafür gibt es eben auch eine andere Seite, die heißt Fiverr.com. Da gibt es Freelancer drauf und die machen alles Mögliche, wie zum Beispiel schöne Webseiten für 40 Dollar. Oder du kannst einen persönlichen Assistenten finden, wie den hier. Der managt dein Tinder-Profil. Der geht also für dich durch die Vorschläge, swipet für dich, schreibt mit den Leuten für dich. Und so lange, bis er eine Telefonnummer für dich hat, die er dann an dich schickt, damit du nur noch das Date abmachen musst. So haben wir uns kennengelernt. Ja, pssst. Oder hier, falls du gerne Computer spielst, aber du fühlst dich einsam dabei, kannst du auch ein Mädchen dafür bezahlen für nur 5 Dollar, damit sie zusammen mit dir Fortnite spielt. Also willkommen auf Fiverr. Und da habe ich auch diesen Business-Berater gefunden, der damit wirbt, dass er mir ein sechsstelliges Amazon-Business erstellt. Er wirbt hier mit diesem Logo und das hat mich sofort überzeugt. Amazon und ich gleich Erfolg und Geld. Mit so einem Blitz und jede Menge Geld, da bin ich doch sofort dabei. Gucken wir mal, was er noch hier hat. Er zeigt gleich mal einen Beweis und zwar ein Screenshot. Und zwar hat er in seinem eigenen Shop 760.000 Dollar Umsatz gemacht. Finden wir das seriös? Ja, total. Und weil natürlich jetzt jeder behaupten kann, das ist nur ihm gelungen und das kann niemand nachmachen, gleich das nächste, die Schülerergebnisse. Also die Ergebnisse seiner Schüler. Und da sehen wir, da hat ein Schüler also 600 Dollar am Tag gemacht. Mal 365 ist das natürlich sechsstellig. Und für den, der einen Beweis nicht reicht, hier ist noch ein zweiter Beweis von einem Schülerergebnis. Da verdient jemand 269 britische Pfund am Tag, 10.000, über 10.000 britische Pfund im Monat. Das heißt also über 120.000 britische Pfund im Jahr. Also auch hier absolut richtig. Sechsstellig, über 100.000. Sieht sehr, sehr verlockend aus. Soll ich vielleicht gleich zwei davon bestellen? Willst du auch eins? Ui, gerne. Ja, sicher. Aber jetzt könnte es natürlich sein, dass es nur Zufall ist und die Leute vielleicht vor Ihnen waren. Lesen wir doch mal erst mal seine Bewertung. Und hier sehen wir durchschnittlich 4,8 von 5 mit 20 Bewertungen. Sieht schon mal gut aus. Der Typ heißt Tarish 007, also wie James Bond 007. Steht auch hier so ein bisschen im Schatten mit seinen Sonnenbrillen. Das heißt, hat er vielleicht auch die Lizenz zum Geldmachen für uns. Und jetzt klicken wir mal drauf. Hier ist jemand aus Holland, der ihn mit fünf Sternen bewertet. Sagt, vielen Dank, Sir. Absolut großartig. Ist also begeistert. Hier ist jemand aus Amerika, auf fünf Sterne. Sagt, super Arbeit. Sehr professionell. Das gibt mir schon mal Vertrauen. Auch jemand aus Deutschland dabei. Also sieht sehr, sehr gut aus. Ich wüsste nicht, woran man hier noch zweifeln sollte. Schauen wir also doch mal direkt, was er hier anbietet. Und er ist sehr offen mit uns, was ich gut finde. Er sagt gleich, was wir bekommen. Er sagt, entspann dich. Du wirst reich. Ui. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal Daumen rauf, wenn wir sowas lesen. Das wollen wir doch. Und er sagt, warum wir uns für ihn entscheiden sollen. Er hat also selber zehn verschiedene Amazon Shops aufgebaut, die alle sechsstellig im Monat einfahren. Also alle über 100.000 im Monat machen. Dann hat er über 250 erfolgreiche Schüler. Er hat über fünf Jahre Erfahrung mit Amazon FBA. Das ist natürlich wichtig. Wir wollen jemanden, der das auch wirklich macht und nicht erst seit gestern. Und jetzt das Beste für mich. Er ist 24 Stunden am Tag, sieben Stunden die Woche da, um unsere Probleme zu lösen. Also er ist wirklich immer unserer Seite. Kriegen wir wirklich sehr viel fürs Geld. Jetzt fragt er, was er tun wird. Wir wollen natürlich nicht irgendwas präsentiert bekommen. Ich will natürlich irgendwas, was auch wirklich auf mich passt. Und er versteht mich. Er sagt, er wird mir eine ganze Reihe Fragen stellen, um mich zu verstehen und um mir maßgeschneidert mein Amazon Geschäft aufzubauen. Er wird mir die absoluten Gewinnerprodukte auf Amazon finden und die besten Lieferanten dafür. Außerdem wird er mir eine komplette Anleitung geben, die er selbst schon getestet hat und mit dem ich zu den besten Ergebnissen kommen kann. Also bei so viel Unterstützung kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ich bin so gespannt. Haha, ich auch. Aber bevor wir reich werden, müssen wir ihm natürlich was dafür bezahlen. Er macht es nicht ganz umsonst. Und jetzt hat er hier drei Angebote. Einmal 25 Dollar, wofür wir ein fünfstelliges Business von ihm aufgebaut bekommen. Einmal 50 Dollar für ein sechsstelliges Business. Ich würde mal sagen sechsstellig. Ich träume groß. Ich fühle mich als Gewinner. Mit fünfstellig gebe ich mich nicht zufrieden. Ich will gleich das große Paket. Wenn ich wage, der nicht gewinnt. Wir gehen hier voll aufs Ganze und kaufen das 50 Dollar Paket. Ich klicke jetzt mal auf Select. Und 50 Dollar trennen mich jetzt nur, davon reich zu werden mit Amazon. Ich werde jetzt aber noch hier was weiteres anklicken, denn ich will das Video fertig kriegen. Für 15 Dollar liefert er es in zwei Tagen. Also in zwei Tagen bekomme ich meinen fertigen Amazon Store. Ich kann es kaum erwarten. Und ich klicke jetzt mal auf All I Now. Und damit kann ich bequem per PayPal bezahlen. Das mache ich jetzt auch. Und jetzt ist unsere Bestellung unterwegs. Ich bin nervös. Ich hoffe, dass es angenommen wird. Und die Zahlung ist durch. Und Tarish007, der Mann mit der Lizenz zum Geldmachen, hat uns also nicht warten lassen. Er hat mir seinen Fragenkatalog geschickt in der Nacht. Und am Morgen hat er dann schon wieder geschrieben, hello, please answer the above questions. Also er macht auch Druck, damit wir hier nicht faul rumsitzen, sondern er will wirklich loslegen. Er will unser Amazon Store aufbauen. Er hat mir jetzt geschrieben, es gibt drei Stufen, das Business aufzubauen. Die Vorbereitung, das ist sein Part. Dafür haben wir ihn auch gebucht. Dann das Produkt und die Werbung. Also das Produkt kaufen ist klar. Gut, die Werbung laufen lassen. Das kann ich ja dann auch selber hinterher. Muss ich ja auch nicht viel für machen. Das beratet er ja auch alles vor. Und jetzt sagt er auch nochmal, sein Service beinhaltet die fünf besten Produkte. Dann liefert er die beste Beschreibung und die Bilder. Wir müssen das Produkt natürlich dann bei Amazon anlegen. Er sucht uns den besten Lieferanten zum besten Preis. Und er stellt uns die beste Promotion-Strategie. Und jetzt hat er noch ein paar Fragen und fragt mich als erstes, mit was für Produkten ich am besten vertraut bin. Und da habe ich ihm gesagt, ich könnte mir was vorstellen im Bereich Fitness oder auch Elektronik. Und dann hat er mich gefragt, wie viele Stunden kann ich mich dem Amazon Business widmen. Und ich habe das Motto, arbeite smart, nicht hart. Deswegen natürlich so wenig wie möglich. Ich schreibe ihm hier, ich habe dieses Buch gelesen, die vier Stunden Arbeitswoche. Das hat mich inspiriert. Mich interessiert mehr so der Teil, wo ich dann das Geld ausgeben kann. Bist du auch dabei? Ja. Ja, siehst du, dann verstehen wir uns doch schon. Dann fragt er, wie viel Erfahrung ich mit Amazon FBA habe, ob ich ein Anfänger oder Fortgeschrittener bin. Und er muss natürlich nicht wissen, dass ich hier den größten Amazon FBA-Kanal in Deutschland habe, sondern ich sage, ich bin ein Anfänger. Dann fragt er auch noch, wie ich mein Produkt bewerben will mit gratis Suchmaschinenoptimierung oder bezahlter Werbung. Und ja, wir wollen natürlich bezahlen. Wir wollen uns natürlich nicht die Hände unnötig schmutzig machen. Also sage ich mit bezahlter Werbung. Und dann fragt er noch, wie hoch mein Budget ist für Produkte und Werbung. Ja klar, da muss ich noch ein bisschen Warenbestand kaufen. Da sage ich mal so, drei bis viertausend Dollar habe ich übrig, um die hunderttausend Euro im Jahr oder mehr mit dem Store zu machen. Und das habe ich ihm geschrieben und sagte mir, okay, ich komme zurück mit den besten passenden Produkten. Daraufhin ist auch nur ein Tag gegangen. Also wir mussten auch wirklich nicht lange warten. War ich natürlich super gespannt drauf. Jetzt kommt der Zugang zu meinem Amazon Store, der mich reich macht. Das hat er im Angebot direkt als erstes versprochen. Also klicken wir mal drauf. Und das Ganze, was er jetzt geschickt hat, war eine Word-Datei. Die war etwas über einen Megabyte groß. Hat mich natürlich gewundert. Was habe ich jetzt bekommen? Sind es vielleicht die Login-Daten zu meinem Amazon Store und ich muss nur noch die Kontoinformationen eintragen? Und jetzt steht hier Amazon FBA Produktsuche. Und so viel schon mal vorweg. Ein Login zu einem Fatting Store gibt es in dem Dokument leider nicht. Was ist da los? Was bekommen wir stattdessen? Hier sagt er mir Hinweis. Er empfiehlt mir, einen Werbemanager einzustellen, der meine Werbung macht. Also er macht mir die Werbeanzeigen nicht. Er sagt mir auch nicht, wie es geht. Er sagt mir einfach, finde jemand, den du dafür bezahlst. Das ist jetzt ein bisschen weniger, als ich erwartet habe. Und dann ist hier nochmal Textabschnitt, wo er sagte, wie wichtig Werbekampagnen für die Produkte sind. Also jetzt scrolle ich mal weiter, weil er hat mir versprochen, dass er mir eine ganz klare Anleitung gibt, wie ich hier zum Erfolg komme. Und die ist hier aber schon zu Ende. Das waren jetzt anderthalb Seiten großgeschriebener Text, der zur Hälfte aus einem Inhaltsverzeichnis bestand. Und jetzt geht es schon zu den Produkten. Jetzt hoffe ich mal, dass die wenigsten was sind. Und zwar jetzt nennt er mir das erste Produkt. Natürlich auf Englisch. Er sagt mir erstmal nicht so viel, was es ist. Hier ist die Beschreibung. Hier steht Sled Harness and Straps, Padded Sled, No Worry About Size. Die Wörter merken wir uns jetzt mal. Das ist nämlich seine beste Beschreibung, die er für uns erstellt hat, damit wir es verkaufen können. Und jetzt kommen die Bilder, die er uns liefert, die besten Bilder für das Produkt, die uns zum Geld führen. Wie findest du das Produkt? Weißt du, was es ist? Was ist denn das? Das war auch meine Reaktion. Was ist denn das? Und ganz ehrlich, sind das die besten Bilder, wenn ein Kunde jetzt auf unser Angebot klickt und gar nicht versteht, was er denn vor sich sieht. Und das Rätsel war dann gelüftet, als ich auf seinen Link geklickt habe, weil dieser OK Pro, das ist der Lieferant in China, weil da hat er einfach mal die Bilder rausgeklaut und hier in kleiner Auflösung in dieses Word-File kopiert. Damit kann ich natürlich nichts anfangen. Wir brauchen gescheite Auflösung, wir brauchen Bilder, die zeigen, was es überhaupt für ein Produkt ist. Und keine geklauten Bilder aus dem Internet sind. Wo wir jetzt mal bei geklauten Bildern sind, er hat doch wohl etwa nur die Bilder geklaut und nicht die Beschreibung, weil die hätte er doch für uns erstellt. Ganz individuell, natürlich. Also habe ich jetzt einfach mal den ersten Satz ins Google geworfen und ich komme auf einen Amazon-Artikel von einem Amazon-Verkäufer mit einem anderen Markennamen und er schreibt hier Er hat den Text einfach nur kopiert aus Amazon und in seine Word-Datei reingeklatscht. Wenigsten werden wir jetzt bei diesem Händler schlau, was es denn für ein Produkt ist, weil es offenbar ein Zubehör für Football-Training, du schnallst es um, um was schweres hinter dir herzuziehen, Körper so zu trainieren für Ausdauer und Kraft. Also das mal sicher ein Foto, was bei ihm ganz bestimmt gefehlt hat, in dem, was er uns geliefert hat. Also Tarish 007, du kleiner Schlingel, hast du uns jetzt die Bilder einfach von irgendeinem Lieferanten kopiert, den Text einfach von irgendeinem anderen Amazon-Händler aus Amerika gegeben. Jetzt haben wir ja gesagt, für die Bewerbung von dem Produkt wollen wir selber nicht viel arbeiten, wir wollen einfach Anzeigen schalten. Schauen wir mal, was er uns da jetzt redet. Vielleicht liegt dir der Schlüssel zu einem Erfolg in Tarish 007 Werbestrategie. Vielleicht ist er ja so ein gerissener Werbefuchs, was meinst du? Ganz bestimmt. Okay, Janina hat absolutes Vertrauen. Hier schreibt er, Instagram ist unser Schlüssel zum Erfolg. Wir sollen auf Instagram eine Bodybuilding-Seite gründen und in nur zwei Monaten haben wir 20.000 Instagram-Fans. Wow, so einfach. Und dann können wir unser Produkt über die Seite bewerben. Machst du Instagram? Ja. Und machst du schon länger als zwei Monate? Ja. Ja, da hast du ja auch schon sicher über 20.000 Follower. Ist ja leicht. Nicht, was? Habe ich jetzt für den Tipp 47 Euro bezahlt? Tolle Investition. Ja, ich sehe es auch. Ich sehe es auch. Dann sagt er noch, Quora ist eine Seite, wo man Fragen stellen kann, die man beantwortet bekommt. Soll man auch was schreiben? Also hier geht er völlig dran vorbei, dass ich sage, ich wollte eigentlich Werbeanzeigen schalten. Vielleicht war das nur ein Ausrutscher. Wir fliegen mal noch kurz über die nächsten, was er hier macht. Das sind jetzt die Bilder. Und die reihen sich wieder ein wie die letzten. Hier wird mir nicht drauf schlüssig, was das Produkt ist. Kommst du auf eine Idee? Hm, keine Ahnung. Keine Ahnung hätte ich auch nicht. Wenn ich es aber nicht schon mal auf Amazon gesehen hätte. Und das Ganze sieht dann so aus. Es ist ein Brett, um Liegestützen zu machen. Und hier, damit wird man natürlich viel schlauer, wenn man auch Fotos hat, wie es jemand anwendet. Nur so ist es richtig. Und hier sehe ich jetzt spontan die Größe 65 Zentimeter breit, 1,5 Kilo schwer. Ist jetzt nicht ideal für Amazon. Solche Produkte sind im Einkaufen, da spüre ich erstmal teuer. Kosten im Versand aus China nach Deutschland viel. Kosten im Versand vom Amazon Lager zum Kunden viel. Das ist kein ideales Produkt. Also auch hier hat er uns nichts Gutes gegeben. Und so geht es hier weiter. Also jetzt scrolle ich mal ganz runter, ob jetzt hier unten noch das Gold kommt, was wir bezahlt haben, was uns zum Geld führt. Aber nein, was er eigentlich nur gemacht hat, ist uns ein Word-Dokument zu erstellen und ein paar Produkte reinzuhauen. Fotos von den Lieferanten zu klauen und die Textbeschreibung dreisterweise noch von Amazon-Händlern zu klauen. Da kommen wir natürlich in Teufelsküche, wenn wir Texte von Konkurrenten klauen. Die können uns natürlich dann noch rechtlich belangen. Jetzt schwarnt mir natürlich jetzt was. Er hat uns doch vorhin in einem Angebot schwarz und weiß bewiesen, wie viel Geld er macht und wie viel Geld seine Schüler machen. Jetzt verliere ich natürlich auch darin so langsam das Vertrauen. Das war zum Beispiel eins davon, dieser Screenshot, wo einer seiner Studenten, einer seiner Schüler 269 britische Pfund am Tag macht. Und 10.050 britische Pfund in 30 Tagen. Und da habe ich jetzt mal im Internet ein bisschen gesucht. Und was für ein Zufall. Hier sind wir auf der Kursseite von dem britischen Amazon-FBA-YouTuber. Der hat so einen ähnlichen Kanal wie ich, nur eben für den britischen Markt und macht eben auch Amazon-FBA-Videos. Der hat einen Kurs. Was sehen wir da? 269 britische Pfund am Tag. 10,05 K britische Pfund in den letzten 30 Tagen. Das heißt, hier ist genau dieses Beweisbild. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Rest auch einfach so aus dem Internet geklaut ist. Wenn das nicht eins zu eins das gleiche Bild ist. Ja, wie offensichtlich. Ich würde mal sagen, da hat jemand gar nicht das gehalten, was er versprochen hat. Und was lernen wir daraus? Da lernen wir jetzt mal drei Sachen raus. Erstmal, wenn sich etwas zu gut anhört, als es sein kann, dann ist es wohl meistens auch so. Zweitens, schau dir genau an, was du erwarten kannst. Wenn du dich schon selbstständig machst und du willst jeden kleinen Handgriff an Mitarbeiter abgeben, die es für dich erledigen sollen, dann solltest du aber zuerst an den Punkt gekommen sein, wo du ein Meister in dem Handwerk selber geworden bist und alles verstehst, weil nur dann kannst du kontrollieren, was dir deine Mitarbeiter liefern und nicht so auf die Nase fallen, wie hier in dem Fall. Und das Dritte, bevor du an Leute kommst, die dich einfach nur bereichern wollen und für das Geld mal so gar nichts liefern, wie dieser Anbieter hier. Schau lieber auf YouTube, da gibt es Kanäle, die genug über Amazon FBA täglich verraten, wie dieser hier, also wenn du noch nicht abonnierst, klick mal auf das Abo-Zeichen, auf das Glockensymbol daneben, weil dann lernst du jede Woche neues Wissen über Amazon, wie du da zum Erfolg wirst. Oder wenn du ein bisschen mehr willst, es gibt auch einen Kurs, wo du tatsächliche Beratung bekommst. Link ist hier unter dem Video. Also was war dein Bauchgefühl von dem Anfang vom Video, wo ich das Angebot vorgelesen habe, hast du gesagt, habe ich mir doch gedacht, schreib es mal hier in die Kommentare drunter. Oder falls du wenigstens ein bisschen mehr erwartet hast, als wir geliefert bekommen haben, schreib einfach mehr erwartet in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Also ich hätte ehrlich gesagt für 47 Euro ein bisschen mehr erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich hier zurücklehnen kann und meine 100.000 kassiere. Aber das war jetzt doch weniger als wenig. Also vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, du fandst das Video auch ein bisschen unterhaltsam. Hab eine großartige Woche und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.